So richtig glücklich sieht Tobias McFetton nicht aus. Der erhoffte ganz große Sieg ist ausgeblieben. Es ist ein kleiner Teilerfolg, aber es bleibt natürlich hinter den Erwartungen zurück. Er hat schon starke Einschränkungen und lässt eben nicht hoffen auf eine schnelle Verbreitung von WLAN-Netzen, gehört auch Europa und vor allem Deutschland. Rückblick. 2010 stellt McFetton in seiner Firma für Licht- und Tontechnik seinen Kunden ein offenes WLAN zur Verfügung. Plötzlich meldet sich Sony, will 800 Euro von ihm. Über sein WLAN wurde illegal ein Musikalbum zum Herunterladen angeboten. Doch McFetton war zur fraglichen Zeit nicht in der Firma. Das Problem, die sogenannte Störerhaftung. Bietet ein Geschäftsmann, Bar- oder Hotelbetreiber einen kostenlosen, ungesicherten WLAN-Zugang an und lädt ein Kunde hierüber illegal Dateien runter, ist umstritten, ob der WLAN-Anbieter dafür in Haftung genommen werden kann. McFetton aber will nicht zahlen, erklagt, geht bis nach Luxemburg. Das Urteil der Richter? Betreiber freier WLANs sind für Urheberrechtsverletzungen durch Dritte nicht verantwortlich. Das große Aber? Sie können gerichtlich verpflichtet werden, Sicherungsmaßnahmen wie ein Passwort zu ergreifen. Dieser lästige Login, dem wir alle begegnen, wenn wir etwa am Flughafen oder im Hotel und uns in ein öffentliches WLAN einwählen wollen, wird uns erhalten bleiben. Der Kampf für ein offenes WLAN, für McFetton und alle anderen ist dennoch nicht zu Ende.